Tuch, gute Laune und Stimmung. Los geht's. So, wir laufen erstmal auf der Stelle. Warte. Genau, ihr lauft schon mal. Okay. Lass mal schön locker laufen. Habt ihr geguckt? Das wird richtig pinzig heute. So, immer schön tief rück die Nase ein, rück die Bands ausatmen. Freut euch, Wochenende. So, kommen wir mit den Pferden nach oben. Arme gehen schön mit. Mundbiegen nach oben. Davon. Lächeln. Und Knie nach oben. Bauch schön fest. Knie gehen schön hoch. Davon. Mit den Pferden nach oben. Arme schön mitnehmen. Und Knie. Und Knie. Ohne nach oben. Und wieder Knie. Und wieder Knie nach oben. Sehr schön. Lass so ein bisschen anschreien. Lass so ein bisschen. Lass so ein bisschen. Und wieder Knie nach oben. Lass so ein bisschen. Lass so ein bisschen. Lass so ein bisschen. Lass so ein bisschen. Und wieder Knie. Und wieder Knie. Aus, Beine öffnen, schließen. Jawohl. Schrittchen aus. Biersen zum Hohenaufen. Letzten. Armen wechseln nach hinten. Beide zusammen. Schön lang. Interesse nach vorne. Jawohl. Zuerst du nach hinten rangezogen. Jo. Beide zusammen. Elf, schließen. Auf der Stelle. Sehr schön. Zur Seite. Schön noch warm. Tief randeln. Auf der Stelle wieder springen. Jawohl. Wechseln zwei. Knie einzeln. Jawohl. Knie kommen erst mal locker hoch. Arme gehen tief. Yes. Don't pay. Sehr schön. Vier mal. Vier, drei, zwei, wechseln. Vier, drei. Und wechseln. Hüpp, hüpp, hüpp. Und wechseln. Und wieder auf der Stelle springen. Weiter machen wir. Sehr schön. Und lauf. Und lauf. Ich hoffe, ich muss ein bisschen warm. Arme wechseln nach oben. Beide zusammen. Mit lächeln. Öffnen, schließen. Jawohl. Komm in den Wechselschritt. Öffnen, schließen. Wechseln. Wirf mit zwei. Auf, auf, auf. Zu. Jawohl. Und wieder laufen. Vier zusammenziehen. Arme wechseln. Deine springen. Arme wechseln nach vorne. Bauche schön fest. Beide Arme zusammen. Sehr schön. Wechselschritt. Arme stehen auf Spannung. Schritt ist groß. Jawohl. Wechsel zwei. Auf der Stelle. Wechsel zwei. Auf der Stelle. Öffnen, schließen. Wechsel zwei. Auf, auf, zu. Jawohl. Sehr schön. Knie einzeln. Ich sehe Knie. Das sieht gut aus. Zwei Mal. Und wieder. Öffnen, schließen. Wechselschritt. Auf der Stelle. Locker laufen. Schön atmen. Atmen. Und wieder. Rücken. Tempo laufen. Gas. Arme nach vorne. Füßen nach dem Tempo. Bauch ist fest. Und ganz. Schneller. Die letzten da vorne. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Noch drei. Gas. Geh mit. Zwei noch. Und locker. Tief atmen. Vorregier noch mal den Kohl. Da sitzt der Kleidung. Und gehen. Alles mal kurz, wie ich es locker mache. Arme tief durch. Wir machen eine kurze Trinkpause. Bleibt bitte in der Pausebewegung. Nicht hinsetzen. So. Sehr gut, Mädels. Von Jungs. Wupp. Okay. Wir kommen zum zweiten Teil. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr auf Zack. So. Schön aufpassen. Ansonsten einfach in Bewegung bleiben. So. Kommen wir da an zu laufen. Auf der Stelle. Wir machen jetzt die verschiedenen Aufgaben. Wir kommen plass hintereinander. Kommen wir in den Wechselschritt. Fangen langsam an. Wechsel zwei. Wir gehen noch mal alles schön durch. Öffnen, schießen. Auf, auf, zu, zu. Knie einzeln. Hochziehen. Jawohl. Arme gehen tief dabei. Ganze doppelt. Schütteln. Schütteln. Laufen. Beine ein bisschen öffnen. Ferse hoch. Knie einzeln hinter. Ferse. Entschuldigung, Ferse hinten. Hütteln. 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 Arme gehen zurück dabei. Jawohl. Auf, auf, auf. Steine laufen. Bauch festmachen. Arme nach oben. Vier noch. Drei. Zwei. Und Tempo laufen. Arme gehen nach vorne. Und Gas geben. Bauch schön fest. Arme lang. Tempo machen. Hütteln. Jawohl. Mehr drei. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Geh in Tempo. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Schöner laufen. Jawohl. Auf, das Schnelle. Wechsel. 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 Öffnen, schließe. Elb und Knie. Überkreu. Überkreu. Domo hält. Auf, das ist ein Sprung. Zur Seite. Wechsel. Wechsel. Vier. Einzel. Wied und Radziehen. Beine dann weit öffnen. Wechsel. Schritt. Öffnen, schließe. Einzel. Kick. Beine gehen gestritten auf vorne. Öffnen, schließe. Wechsel. Wechsel. Wechsel zwei. Öffnen, schließe. Wechsel zwei. Öffnen, schließe. Wechsel zwei. Öffnen zwei. Wechsel Schritt. Öffnen zwei. Wechsel Schritt. Wechsel Schritt. Schnee abziehen. Schöner oben. Baume des Films. Lecheln. Doppelkick. Öffnen, schließe. Doppelkick. Doppelkick. Öffnen, schließe. Wechsel Schritt. Auf der Stelle. Längter Fuß geht vor und zurück. Verbleiben mit dem Ur. Wechsel Schritt. Ich witte. Längter Fuß geht vor und zurück. Öffnen, schließe. Öffnen, schließe. Ellenbogen stehen. Doppelt. Auf der Stelle. Doppelt kick. Öffnen zwei. Wechselschritt. Tempo nachfüllen. Doppelt fort. Arme nach vorne. Füße flott. Mehr Tempo. In Squat. Acht. Sieben. Sechs. Zieh durch. Fünf. Drei. Zwei. Aus. Locker tief durchatmen. Schluck trinken. Juhu. Juhu. How is the Stimmung going? So, Kinder. 30 Sekunden Belastung. Es wird wunderschön. Ihr braucht ein bisschen Platz. Wir starten mit Kniebeugen. Halt. Rücken gerade. Bauch fest. Vor nach hinten. Rücken lang. Hohen beim Bauch fest. Augen gehen vor. Hoch. Spannung. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Auf Tempo oder sauber langsam. Machen wir mal alles schön locker. Jawohl. Stand in fünf Sekunden. Auf Tempo oder sauber langsam. Zwei. Eins. Und ab. Tief und rauf. Jeder in seinem Tempo. Schultern bleiben schön tief. Arme sind lang. Bauch. Bauch schön fest. 15. Geschafft. Jawohl. Kommt tiefer. Jawohl. Noch fünf. Kommt. Schönen Koti. Lischen. Und aus. Tempo laufen. Ab jetzt. Wir machen keine Pause. Kommt. Gas geben. Arme schön lang. Sehr schön. Die letzte. Noch fünf. Dann den zweiten Durchgang. Und ab geht's. Kniebeuge. Aus Tempo. Atme schön tief. Kniebeuge. Zurück. Jawohl. Elbste. Schönen. Schönen. Sehr gut. Komm. Die letzten fünf. Zwei. Eins. Tempo laufen. Das machen wir nur noch mal am ersten Block. Schönen. Danach rutsch die Pause. Jawohl. Kommt. Schön atmen. Noch 15. Mundbiege bleiben oben. Die letzte. Noch fünf. Zerinnerung mit Schmiebeugen. In zwei. Eins. Und ab. Kommt. Schön. Schönen. Jawohl. Bauch fest. Po geht schön nach unten. Sehr schön. Komm. Hände geschafft. Fläche. Sehr gut. Komm. Leider hoch. Die letzten fünf. Jawohl. Und aus. Locker machen. Durchatmen. Bleib in Bewegung. Nächster Durchgang. Ausfallschritt nur mit links. Nach vorne. Tief. Fußspitze sichtbar. Zurück. Nur linke Seite. Wieder vorn. Tief. Und zurück. Andere Kurzpause. Klopfen. Und starten. Schritt nach vorne. Nur die linke Seite. Hand in die Hüfte. Ja. Das ist lustig. Das macht Spaß. Jawohl. Kommt. Schön tief. Schieb. Achtet drauf, dass euer rechtes Team nicht auf den Boden aufdonnert. Kurzfeuer abhalten. Und Pause. Locker machen. Zweiter Durchgang. Mit rechts. Atmen. Und starten. Rechts nach vorne. Gleiche Technik. Fußspitze ist von oben immer noch sichtbar. Leges Knie knallt nicht auf den Boden auf. Jawohl. Sehr schön. Letzter. Und aus. Locker machen. Beim nächsten Durchgang links und rechts im Wechsel. Starten in zwei, eins und ab. Schultern zurück. Brust raus. Mundbild wieder nach oben. Und ab. Abfahrt. Yes. Nächste. Noch schöne Bewegungen bleiben. Schultern sind tief. Die letzten fünf. Ja. Und oben. Pause. Nächster Durchgang. Unten, runter. Und locker nach unten. Filter. Ganz locker. Ganz locker. Wenn das nicht mehr geht, macht ihr das hier oben. Kommt aber nach Möglichkeit tief. Und lass den Rücken schön lachen. Und noch zehn. Pause. Keine Sorgen, danach wird wieder schöner. Noch fünf. Schon mal Position kommen. Und starten. Wieder drei Durchgänge. Yes. Hälfte. Kommt schnell in den Jungen bleiben. Bleiben den Po tief. Ja. Noch acht. Halt durch. Halt durch. Atmen. Zwei. Eins. Und auf. Locker machen. Die Mundwinkel gehen nach oben zum Ohr, ne? Okay. Okay. Start durch. Zwei. Eins. Und ab. Zweite Runde. Jawoll. Kommt. Sieht gut aus. Kommt auch schön tief. Bauch fest. Mundspielfüße sind oben. Kommt ein bisschen tiefer. Ja. Die letzte. Fünf. Und aus. Locker machen. Beine entspannen. Wird langsam, wa? Okay. Noch zwei. Eins. Dritte Runde. Kombinativ. Und aus. Tief. Hoch geht schön weit. Nach unten. Schultern sind tief. Sehr schön. Kommt weiter runter. Die letzte. Steh. Kommt schön ruhig. Noch fünf. Zwei, eins. Und auf. Locker machen. Komm auf die Matte in die Rückenlage. Stell die Fähren auf. Wenn du es schwerer möchtest, fühlst du die Füße weiter nach hinten. Ansonsten hier. Vor nach oben. Spannung. Und nach oben Federn. Ohne schön fest. Start den Füll. Zwei, eins. Und ab. Hunde rum. Schön zusammenkneifen. Schönen Federn. Es darf sich nach dem Urteil anfühlen. Einmal hier. Einmal dort. Noch die letzten. Noch fünf. Jawohl. Und löse. Hunde entspannen. Locker machen. Noch fünf. Und starten. Zweite Runde. Hunde nach oben. Hunde fest zusammenkneifen. Nach oben heben. Und steh machen. Jawohl. Hunde fest. Kommen wir zu weitem nach oben. Hunde nach. Yes. Die letzten fünf. Und ab. Vor zur Pause. Noch einen. Start den Füll. Kommen wir zu weitermachen. Zwei, eins. Letzte Runde. Hoch, komm. Hohchen fest. Spannung. Lächeln. Abfall. Noch 20 Sekunden. Komm, Kuro fest zusammenkneifen. Letzten zehn. Noch fünf. Jawohl. Und ableh. Komm aus dem Bauch. Sturm auf die Handflächen. Beine abwinkeln. Knie auseinander. Hoch zusammenkneifen. Knie von der Matte heben. Und nach oben federn. Ja. Start den Füll. Zwei, eins. Und ab. Oberkörper ist entspannt. Foh fest zusammenkneifen. Und hier schön geheben. Fußspitzen nach unten ziehen. Noch zehn. Zwei, eins. Und aus. Fort entspannen. Mach das Becken ein bisschen locker. Und starten. Zweite Runde. Beine rein. Knie nach oben. Huch ziehen. Schultern sind locker. Sehr schön. Komm mit den Knie schön hoch. Letzte. Noch fünf. Und aus. Ein Kampang auf. Becken wieder locker machen. Starten. Fünf. Letzte Runde. Anwinkeln. Popo spannen. Knie nach oben. Fehlern. Die letzte Runde. Noch ein Stein. Okay. Baumhefte geschafft. Jawohl. Jawohl. Komm jetzt. Sieh. Noch fünf. Sieh, 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 sieh. Und aus. Komm in den vierfünster Stand. Wenn das an den Knien unangenehm wird, die Matte aufräumt oder sich unterlegt. So, Hände unter der Schulter, Knie unter der Hüfte, das Bein bleibt angewinkelt, kommt seitlich nach oben. Ja? Also seitlich hoch. Und wenn nicht alles mitdrehen, sondern nur das Bein. Komm schön in den Stand und starten. Seitlich abgängig mit Hebeln. Das Knie hat immer den gleichen Winkel. Schön hoch. Baum ist fest. Hälfte geschafft. Jawohl. Beide Arme sind gleich lang. Nicht ein einzigen. Schön hoch. Zwei. Eins. Und wechseln. Warte. Und starten. Gleich. Gleich. Entschuldigung. Entschuldigung. Beide Arme gleich lang lassen. Die Winkel bleibt. Jawohl. Ausatmen. Schön nach oben. Runter ein. Und lasst mal ruhig das Knie bis auf die Kohre hochkommen. Noch fünf. Jawohl. Und gleich die Seite wechseln. Rechts. Wir machen direkt weiter. Keine Augen mehr. Jawohl. Fußspitze schön ranziehen. Schön überwachen. Und Seite wechseln. Ohne Pause. Direkt nach oben. Und hebe. Jawohl. Kommt in Spannung. Kommt in Spannung. Wir klicken. Noch fünf. Schütteln. Und auf. Aufstehen. Letzte Runde. Beine und Po. So. Ihr werdet begeistert sein. Wir kommen tief in die Kniebeugel. Sprung nach oben und gleich wieder tief und sprung. Das wird schön. Drei Durchgänge starten in fünf Sekunden. Danach kommen wir nebenbei durch. Und auf geht's. Hup. Hoh geht schön tief. Wenn ihr das mit dem Springen nicht gut findet, macht einfach hier unten kleine Federbewegungen. Jawohl. Komm, Bauch schön fest. Hoh geht schön tief. Jawohl. Komm, lass das Ganze ein bisschen brennen. Noch fünf. Und Pause. Locker. Tief atmen. Noch fünf. Noch zwei. Eins. Und starten. Hup. Komm, vor geht's schön beim Runter. Trotz allem. Auch wenn's weh tut. Jawohl. Hälfte. Komm, geht tiefer. Mega. Mega. Komm, geht alle. Bleibt vorbei. Einen müssen wir dann eh noch. Letzter. Aus. Einen Durchgang noch. Dann machen wir eine kurze Pause. Und dann sind wir mal fertig. Zwei. Zwei. Eins. Letzter. Schön tief. Sehr gut. Vorbeier. Wunderne Marsch. Yes. Komm, noch zehn. Hup. Gib alles. Das muss jetzt. Das muss jetzt weh tun. Und aus. Kurze Pause. Schluck trinken. Dann drehen wir nochmal auf. Für alle, die geht später auf YouTube gucken. Ich sehe, die anderen gerade völlig feiern. Im Zoom live wird aus. Schön. Herrlich. So. Wir machen mit deinem Mini-Cardio-Einheit dazwischen. Und dann geht's direkt weiter. Mit dem Nestkörper. So, auf geht's. Hände runter. Mach alles erst mal wieder ein bisschen locker. Sprung von Seite. Deine. So. Neuf. Neuf, ich weh beten. Neuf, ich warte. Neuf. Neuf. νοen, Neuf. 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 Öffne zwei. Wechsel zwei. Rechts und zurück. Wechsel auf links. Wechsel schrägelt. Wechsel zwei. Doppelkick. Öffnen Stiefel. Elm und Knie. Doppel. Ein Knie, ein Kick. Knie, Kick, Knie, Kick. Jetzt. Öffnen, schließe. Wechsel zwei. Wechsel schrägelt. Auf der Stelle. Rechts und zurück. Wechsel auf links. Wechsel auf links. Wechsel auf links. Öffnen, schließe. Auf der Stelle. Tempo. Noch fünf. Arme lang. Schnell, noch mehr. Vornehm. Jawohl. Die letzte. Vier. Drei. Zwei noch. Elbe noch viel. Hüpp. 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 Knie einzeln. Schön hoch. Tempo. Lauf. Hüpp. Hüpp. Arme lang. Jawohl. Kommt ihr Tempo? Elb. Spur. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oh Gott, oh Gott, oh. So. Mach nochmal einen kleinen Schluck Pause. Eine Schluck Pause. Komm zum Innsport. Auf die Matte. Jetzt ist es mal richtig schön. Und dann ist Schluss. Wir kommen einmal in den Hüppel. Komm mal auf den Hüppel. Halt zur Schläpe. Komm mit ersten Durchgang. Jetzt ist es so gerade nach oben. Kriegt es euch schon mal ein? Jawohl. Halt auf die Schläpe. Fährt auf die Schläpe. Langsam nach oben. Crunch. Crunch. Ganz noch. Jawohl. Hoch ausatmen. Runderein. Zwischen den Brunnen. Einmal ein Teil Platz. Sehr schön. Bleib in der Crunch. Beheben. Linken, linken Bruch. Ausatmen. 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 Das ist jetzt zwar ein bisschen fies. Aber wir machen nachher noch eine 100-Sit-Up-Challenge. Seite wechseln. Seite wechseln. Bleib in der graben Crunch-Bewegung. Und setz den rechten Fuß auf den linken Ball. Komm mit der linken Hände hoch. Ganz unten. Wenn du noch nicht mehr auf die 100-Sit-Up-Challenge. Wenn du noch nicht auf die 100-Sit-Up-Challenge. Und jetzt sind wir noch ein bisschen fies. Und jetzt sind wir noch ein bisschen fies. Und jetzt sind wir noch ein bisschen fies. Einatmen. Und ab. Komm mit den Füßen nach oben. Und die Knie ist in der seit der drüben Knie. Leg die Hände an oben an. Und komm mit den Knie zum Großrand. Dabei kommt der Fuß von der Masse nach oben. Die Hände braucht eigentlich gar nicht. Und liegen entspannt auf der Matte. Wir kommen ran, ausatmen. Schultern gut entspannt. Sehr schön. Atme, Team. Und bleib mit den Beinen lang oben. Komm mit Kopf und Schuhe, dann müssen wir nach oben. Und wechseln die Beine gerade mit unten zur Matte. Und wenn es vom Nacken nicht mehr geht, die Koffeln lauf den Unterarm schützen. Rotten wir ganz lang. Sehr schön. Haben wir auch gleich geschafft. Beine Schütteln. Atmen. Und Augenkopf. Brenn wir drauf unter den Po. Wir gehen langsam mit den Beinen zur Hälfte. Und langsam wieder raus. Schön entspannt. Beine bleiben gestreckt. Lächeln. Ich sehe so viele Füße. Ja, komm. Gleich geschafft. Die letzte. Zum Endsport. Nochmal hinten halten. Beine sind lang. Über den Boden halten. Auf die Hälfte. Jawohl. Atmen. Hälfte. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und hier ranziehen. Die Beine zu veranziehen. Kopf ablegen. Und atmen. Bleibt ruhig liegen. Atmen. Schön tief. Schön tief durch die Nase ein. Bis zum Mund ausatmen. Wir fahren so ein bisschen runter. Läuft da jetzt einer im Bademantel durchs Bild? Okay. So, bleiben immer noch schön im Rückenladen. Einten die Knie fest. Der Kopf fliegt auf der Gatte. Die Beine mal zur Seite. Händeln. Atme tief in den Bauch. Einten raus. Und fangen wir an mit den Knie zu reißen. Zur Brust hin. Nach hinten. Und atmen. Weit tief durch die Nase ein. Und aus. Seite wechseln mit dem Reißen. Zieh das linke Bein zum Körper ran. Das rechte geht am Boden. Linker Hand fassen am Knie. Rechte unten am Knöchel. Und zieh das Bein zur Rust. Nach unten. Schön tief atmen. Das gleiche Bein nach oben ausschrecken. An der Wache festhalten. Und das Bein zum Körper hinziehen. Beziehungsweise versuchen gerade zu halten. Können wir es auch hier nochmal ein bisschen schützen. So wie es für euch passt. Atmen weiter tief, bis die Nase ein. Schluck aus. Versuch die Rückseite ein bisschen zu entspannen. Das Bein ein bisschen weiter ranzuholen. Und lösen wieder auf. Seiten wechseln. Rechts ran holen. Am Knie fassen. Am Knöchel fassen. Und das Bein zum Körper ran ziehen. Atmen weiter tief. Und strecken das rechte Bein jedenfalls aus. Fassen wieder hoch an der Bar, oder da, wo ihr gut ankommt. Und ziehen das Bein zum Körper hin. Lassen das linke entspannen auf der Matte. Mit jedem Ausatmen. Versuch ein bisschen mehr Spannung zu ihr Mund holen. Und setz jetzt den linken Fuß auf den Boden wieder auf. Setz den rechten Fuß auf den Oberschenkel. Zieh das linke Bein zum Körper ran. Fass um den linken Oberschenkel rum. Und zieh das Bein zum Körper hin. Konzentriere dich auf die Spannung in der rechten Gesäßhälfte. Atme tief. Lichte die Naht rein und aus. Und löse das Ganze wieder auf. Seite wechseln. Korrechter Fuß. Verspringer Fuß auf den rechten Bein. Rechtes Bein ran ziehen. Und mit dem linken Oberschenkel. Und dem rechten Rundfasschen. Also alles auf die Knie. Und das Bein ran. Genauso wie eben nur mit dem anderen Bein. Entschuldigung. Ich habe gerade ein bisschen Napsenüberschwung. Und das Ganze schön halten. Ja. Und dein Schotten auf. Oh. Okay. Und lösen. Kommt einmal nach oben zum Sitzen. Sitzen schön gerade. Kommt einmal in den Schneidersitz. Mona, das eigene und meiner einkommen. Setzen wir die Füße in der Mitte zusammen. Und die Füße eng halten an den Knöcheln fest. Drücken mit den Ellenbogen die Schnier nach oben. Kommt mit den Händen auf den Knien. Geh mit den Kien ein Stück tiefer. Und kommt einmal mit den Händen über den Füßen nach vorne. Sobald die Karten ist nach vorne. Und der Kopf kommt nach unten hin. Und dann kommt wieder langsam hoch. Schon wenn den Arm nach hinten kommen in den Schneidersitz. und zieht die Ellenbogen weit zurück. Und wieder die theatralisch zu trauernde, liebevollste Musik. Kommt mit dem rechten Arm nach vorne. Fass noch den Ellenbogen an. Und die Seite überziehen. Und lösen auf. Rechte Arm geht direkt nach hinten. Mit den linken Hand den Ellenbogen gerade nach unten ziehen. Und Arme nach vorne sehen. Und Seite überziehen. So schön. Kommt mit dem linken Arm nach hinten. Arme nach unten. Ja, das ist halt. mit dem linken arm nach vorne fassen mit rechts unter und ziehen zur seite dann jetzt haben wir ein internetproblem auf und oder schweizigkeit ist das und lösen auf mit den beiden streckung sie fußspitzen nach vorne lang und mit den händen noch mal langsam nach vorne richtung füße mit der nase richtung und wieder langsam hoch fühlst du noch weit weit mit den händen nach vorne meine liebe für sport langsam nach oben gehen mit den lieben haben zu blieben in den rechten haben über den vorüber und lassen uns langsam richtung weit nach unten sehen ab und jetzt rechte rippchen tief ein und aus lassen beide fußspitzen weiter nach oben zeigen und lösen wir zum mitte auf wechseln seite rechte hand zum rechten mit dem linken einmal langsam runter und wieder langsam hoch und noch mal vorne zusammen hände zusammen rücken und schultern nach vorne und lösen auf 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 Wechsel auf links, ranziehen, Knie schließen und nach oben, Entschuldigung, gerade so ein 90er Flash. Atmen wieder schön tief und Bösen auf, komm nochmal mit beiden Händen, ab Körper lang, Richtung Füße, lass die Hände zum Boden kommen, Atmen ziehen. Vom langsam Vogel zu Vogel hoch, nehmen die Arme zur Seite, nehmen die Hände oben zusammen, zieh sein, komm auf Brust, Geh mit dem rechten Fußschritt nach vorne, geh mit dem Arm nach vorne und auf. Das war's, ihr Mädels, Paddys auf dem Schlossfeierabend. Geil! Mega!